Musik Die Kindertagesstätte Schwarzwald Barklinikum braucht Verstärkung. Wir suchen pädagogische Fachkräfte. Unsere Öffnungszeiten orientieren sich an den Schichtdiensten der Eltern, die im Schwarzwald Barklinikum arbeiten. Bei uns gibt es keine festen Schließzeiten, was eine sehr flexible Urlaubsplanung ermöglicht. Unsere pädagogische Arbeit basiert auf den Bildungs- und Lerngeschichten. Durch das offene Konzept können die Kinder ihren Alltag aktiv mitgestalten. Möchtest du Teil unseres Teams werden? Dann informiere dich jetzt online oder hier in der Kita an einem unserer Infotage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017